Servus Leute, ja hier ein kleines Infovideo für euch. Ich werde am Donnerstag sowie Samstag und Sonntag auf der Frankfurter Buchmesse sein. Ja, ich habe noch keine Ahnung, ob ich zu diesen ganzen Treffen, Samstag und Sonntag sind da irgendwelche Treffen, ob ich da, ob ich es da hinschaffe, ich hoffs. Falls ich das schaffe, können wir uns da natürlich treffen, falls ihr Lust habt, da auch hinzukommen. Ja, ich bin schon sehr gespannt wieder auf diese Buchmesse. Ich werde, wie gesagt, am Donnerstag schon mal hinschauen, weil da ist einfach ein bisschen weniger los und man kann sich einfach die ganzen Verlagsstände viel, viel, viel entspannter ansehen. Samstag und Sonntag ist halt, wie gesagt, für die Öffentlichkeit leider da, eben nur für die Öffentlichkeit auf die Frankfurter Buchmesse. Deswegen drängen sich da immer so extremst viele Gäste und es ist alles ein bisschen, boah, proppenvoll halt. Deswegen schaue ich am Donnerstag schon mal hin und dann eben Samstag und Sonntag. Falls mich da irgendjemand zufälligerweise sehen sollte, könnt ihr ja Hallo sagen. Überhaupt kein Problem, sprecht mich an, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann halt nicht, müsst ihr wissen. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, kein Problem. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich sehe jemanden von euch auf der Buchmesse. Ich sehe hoffentlich auch ganz viele andere Booktuber und Blogger, Bookstagrammer und Leute, die Bücher lieben, es zu lesen lieben. Ja, in diesem Sinne bis zur Frankfurter Buchmesse. Ciao.